Hast du Vokabeln gelernt? Ja. Ich lass mich überraschen. Na dann los, pack deine Bücher zusammen. Und vergiss nicht die Hälfte. Ja, ja. Hast du verstanden? Ciao, Mama. Hatte er einen Unfall? Was ist mit meinem Sohn passiert? Reden Sie endlich! Reden Sie! Reden Sie! Ich warte! Raus damit! Raus! Die Angestellten. Sind Sie verlässlich? Treu untergeben. Die haben nichts damit zu tun. Aber ich wollte nur sagen, dass für diese Art Leute doch nur das Geld zählt. Für die ist der Sohn doch nur eine Belastung. Nur der andere Junge zählt für die Gangster. Ja, sicher. Im Übrigen, meine Herren, ist der Ingenieur fest entschlossen, keinen Pfennig herauszuwassen. Genau, keinen einzigen Cent. Aber ich werde zahlen. Ich verkaufe sofort alles, was ich habe. Papa, beeil dich und zeig denen, dass du stärker bist als diese Banditen. Mein Vater holt mich raus. Wo solltet ihr hinfahren? Und um an Saarstelle. Dort werden wir erwartet. Und wo? Milano. Milano. Und weiter. Man erwartet uns an der Ausfahrt. Und was dann? Ja, ich weiß. Sie wissen nicht, dass Sie auf mich warten. Jute und Stoffe aus Schottland. Jute und Stoffe aus Schottland. Jute und Stoffe aus Schottland! Oh nein, Sie tun mir weh! Es war mein Kind, als Sie hier unentwacht haben. Ich bin der Vater des Jungen. Ja. Ja. Sieh mich nur genauer. Und weshalb hast du dich von uns schnappen lassen? Bitte! An der Sache ist was faul. Ich rieche es förmlich. Wir haben seinen Sohn getötet. Sein einziges Kind. Der Mann will Rache und sonst gar nicht.